Lässt sich eine Brustverkleinerung mit anderen Eingriffen kombinieren? Natürlich kann man eine Brustverkleinerung mit anderen Eingriffen kombinieren. Wenn diese Frage jetzt auf die Brust bezogen ist, so muss ich sagen, eine Brustverkleinerung bedeutet immer auch eine Bruststraffung. Typischerweise leidet ja eine Frau mit einer großen Brust an eine durch die Schwerkraft bedingte Absenkung der Brust und dadurch hängt die Brust. Wenn man sie kleiner macht, dann wird diese automatisch immer auch gestrafft. Die Technik ist sehr ähnlich der Bruststraffung. Ansonsten kann man natürlich eine Brustverkleinerung problemlos mit anderen Operationen, wie zum Beispiel einer Liposuktion kombinieren, wenn dies gewünscht ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017